In einem Brief warnte sich Hausberger an Hutler, kritisierte diesen Schaf. Auf UE24 wird aus dem Schreiben etwa zitiert, wenn du einer Vorstellung beibohnst, weißt du nicht, was du gerade gesehen hast. Zudem wirft der Oberbereiter seinem Geschäftsführer vor, nicht fitte Pferde einzusetzen und damit auch das Tierwohl zu gefährden. Ich lasse mich nicht durch die Drohung mit dienstrechtlichen Konsequenzen einschüchtern, soll er angekündigt haben und fordern, ich bitte dich zum Wohl der Hofreitschule, so schnell wie möglich einen Systemwechsel herbeizuführen oder als Geschäftsführer zurückzutreten. Die Antwort, wiederum in einem Brief informierte der Aufsichtsrat die Angestellten der spanischen Reitschule darüber, dass diese durch ihre Äußerungen die Reputation der Hofreitschule nicht unsachlich gefährden dürfen. Hausberger hätte dies wiederholt gemacht. Der Geschäftsführer habe deshalb beschlossen, den Oberbereiter mit sofortiger Wirkung vom Dienst freizustellen.